Servus und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute geht es mal nicht um Capture One, sondern um Affinity Photo, mit dem ich seit einem Jahr ungefähr regelmäßig arbeite und mittlerweile auch mein Adobe Abo gekündigt habe. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt auch Videos dazu und bzw. ich werde heute anfangen mit einem kleinen Überblick für Einsteiger, damit man sich schnell zurechtfindet. Gleich nach dem Intro geht es los. Wenn du Bildbearbeitung betreibst mit Capture One und Affinity Photo und keine Videos mehr von mir verpassen willst, dann abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke, dann wirst du auch jedes Mal benachrichtigend, wenn neue Videos kommen. Obwohl Affinity Photo eher kurz auf dem Markt ist, erfreut sich großer Beliebtheit. Das ist vor allem wegen dem Adobe Abo-Modell geschuldet und es gibt nicht wirklich ein Programm, was annähernd so leistungsfähig ist wie Photoshop zum Beispiel. Und ich arbeite selber seit einem Jahr ungefähr mit Affinity Photo. Ich habe es zwar vorher schon in der Beta-Version und danach immer wieder herumprobiert an dem Programm, aber ich wurde am Anfang noch nicht so wirklich warm damit. Jetzt im letzten Jahr 2020 habe ich mir gedacht, okay, ich gebe dem Ganzen nochmal eine Chance und habe mir dann im Endeffekt das Adobe Abo gekündigt. Und neben der Geldaussparnis habe ich dann eben auch wieder die Freude, ein neues Programm wieder zu erlernen und neue Wege zu finden, wie ich meine Bilder bearbeiten kann. Und ich habe mir gedacht, ich zeige euch heute einen Überblick über die Software und dann kommt es in den weiteren Tutorials dann nachher zu, wie ich meine Bilder retuschiere und so weiter. Warum habe ich mich letztendlich für Affinity Photo entschieden? Das war vor allem der Hauptgrund kein Abo mehr. Ich muss keine 12 Euro im Monat mehr bezahlen, dass ich Bildbearbeitung betreiben kann. Und aktuell für 54,99 ist das auch jetzt dann nicht wirklich die Welt, die man für das Programm bezahlen kann. Es gibt aber auch immer wieder Aktionen im Windows Store oder im Apple Store, wo Affinity Photo dementsprechend auch billiger angeboten wird. Da heißt es dann letztendlich zuschlagen. Man kann bei dem Programm eigentlich nichts verkehrt machen. Des Weiteren Affinity Photo ist sauschnell. Und da meine ich jetzt nicht nur das Schwenken und Zoomen in 60 FPS. Die Darstellungen aller Anpassungen, Effekte, Transformationen sind in Echtzeit. Und man kann auch sehr schnell zwischen den Arbeitsbereichen wechseln. Das ist ein Unterschied zu Photoshop, wo zum Beispiel beim Liquify Tool, dass er mal elendlang geladen wird. Das passiert bei Affinity Photo nicht. Das ist mit einem Klick alles erledigt und man kann sofort weiterarbeiten. Des Weiteren ist auch Affinity Photo ein- und umsteigerfreundlich. Man hat viele Ähnlichkeiten zu Photoshop. Wenn man als Photoshop-User umsteigt zu Affinity Photo, findet man sich sehr schnell zurecht. Man hat sehr viele Tastenkürzel, die gleich sind. Die Plugins kann man teilweise nutzen. Aber es sind auch einige Sachen, die anders sind und die meiner Meinung nach auch verbessert worden sind gegenüber Photoshop. Wenn man von Photoshop auf Affinity Photo umsteigt, dann kommt einem sehr viel bekannt vor. Und man hat sehr viele Ähnlichkeiten hergestellt zu Photoshop, dass man sich leichter reinfindet. Wechseln wir aber auf meinem Bildschirm hier und man hat gleich in Affinity Photo beim ersten Start ein Infopanel. Das würde ich auch eingeschaltet lassen, also nicht weggeben, weil da immer wieder über Aktionen informiert wird. Zum Beispiel neue Pinsel, neue Makros, die hinzugekommen sind, die teilweise auch gratis sind und die man sich auch zusätzlich kaufen kann für Affinity Photo. Wenn man da drauf geht, kommt man dann direkt in den Shop von Affinity Photo und dann kann man das dort gleich erwerben und dann nachher gleich installieren. Das klicken wir jetzt einmal weg und wir haben oben die Symbolleiste und da haben wir fünf Symbole, die für den jeweiligen einzelnen Arbeitsbereich stehen, die für Affinity Photo, die da Persona genannt werden. Und je nach aktiver Persona wechselt dann auch die restliche UI, das ist das Kontextmenü, die Werkzeuge ändern sich und auch rechts bei den Studio Panels ändert sich dann auch einiges, sodass man nicht zu viele Werkzeuge im jeweiligen Arbeitsbereich hat, dass das übersichtlich bleibt und dass man schnell arbeiten kann. Die erste und standardmäßig aktive Persona ist die Fotopersona und die kennen wir auch aus Photoshop, da können wir unsere Bilder bearbeiten, man kann Filter dazuhauen, man kann Anpassungen hinzufügen und so weiter. Da sind uns keine Grenzen gesetzt. Automatisch aktiviert ist die Fotopersona bei einem bereits bestehenden Bild oder bei einem gespeicherten Projekt. Wenn wir ein RAW-Bild bei Affinity Photo hinzufügen, dann wird automatisch die Develop-Persona aktiviert. Die kann ich jetzt hier nicht verwenden, das zeige ich euch später. Wenn ich ein RAW-Bild öffne, dann komme ich direkt in diese Persona und kann dort mein Bild einmal konvertieren und dann weiter in die Fotopersona wechseln und dann kann ich hier weiter bearbeiten. Bei meinem letzten Bild mit dem Speed Retouch habe ich Affinity Photo auch verwendet und da kommt der dritte Bereich, der dritte Persona zum Einsatz. Das wäre die Liquify-Persona, wo man dann Objekte in eurem Bild bearbeiten könnte, das heißt verflüssigen, verformen könnte, verzerren könnte. Das könnt ihr alles über diese Persona und das könnt ihr auch dann nachher auf einer einzelnen Pixelebene machen. Insgesamt funktioniert das dann auch wirklich mit einem Klick und die Persona ist aktiviert. Dann könnt ihr auch direkt bearbeiten und dann könnt ihr wieder in die Fotopersona mit einem extra Klick wieder retour gehen und könnt da weiter bearbeiten. Das ist der Teil, wo ich gesagt habe am Anfang, dass Affinity Photo schneller ist als Photoshop, weil wenn man da weiß, okay, das Liquify-Tool zum Beispiel, wie lange das braucht eigentlich, bis das aktiviert ist, bis man da wirklich mal arbeiten kann, dauert das je nach Computer eine Zeit lang. Ich habe, würde ich mal sagen, einen ganz guten Laptop, aber da dauert das auch ein paar Sekunden, bis das wirklich mal geladen hat und bis man da wirklich arbeiten kann. Die letzten beiden Personas, das wären die Tonmapping-Persona und die Export-Persona, die verwende ich ehrlicherweise nicht so häufig, weil ich nicht so viele HDR-Bilder mache. Das wäre die Tonmapping-Persona, da könnt ihr Tonwerte zuordnen bis zu 32 Bit bei HDR-Bildern und die wird auch automatisch aktiviert, wenn ihr über Datei, neue HDR-Kombination, ein HDR-Bild erzeugt und dann könnt ihr es direkt hier bearbeiten, bevor ihr dann weiter in die Photo-Persona wechselt. Zum Schluss noch die Export-Persona, die kommt dann zum Tragen, wenn man fertig ist mit seinem Projekt und das exportieren möchte. Verwende ich auch nicht, weil ich mein Projekt eigentlich immer speichere und dann direkt in Capture One weiter verarbeite bzw. exportiere. Aber es ist auch eine Möglichkeit, wenn man direkt das Affinity-Foto machen will, dann kann man das hier genauso machen. Man hat dann eben auch weitere Einstellungsmöglichkeiten und kommt auch zu seinen Bildern hin. Die letzten drei genannten Personas, also die Liquify-Persona, die Tonmapping-Persona und die Export-Persona, die lassen sich übrigens auch auf einzelne Pixel-Ebenen starten und man kann dort dann weiterarbeiten und dann wieder zurückwechseln in die Photo-Persona. Unterhalb der Symbolleiste haben wir die Kontextleiste und die ändert sich je nach aktivem Werkzeug. Das ist ganz gut so, weil man dann schnell die Übersicht hat, welche Optionen da verfügbar sind und die Werkzeugleiste selbst, die ändert sich dann mit der jeweiligen aktiven Persona. Wenn ich da jetzt zum Beispiel die Liquify-Persona ändere, dann habe ich die Werkzeuge nur, die in der Liquify-Persona aktiv sind und da kann ich dann weiterarbeiten, anwenden, klicken und ich bin wieder zurück in meiner Photo-Persona. Nicht zu vergessen, ganz oben haben wir unsere Menüleiste. Hier habt ihr alle Befehle und Optionen in übersichtlichen Menüs sortiert und ich glaube, dazu brauche ich nicht wirklich mehr was sagen. Auf der rechten Seite haben wir dann die ganzen Anpassungen, kleinen Fenster, die hier Studio-Panels genannt werden. Das Ganze hier wird übrigens Studio genannt. Hier kann ich auch dementsprechend meine Sachen sortieren und neu ordnen und ich kann die auch hier in der Ansicht Studio, kann ich die rausnehmen und wieder hinzufügen. Dabei einfach nur klicken, dann ist die Anpassungspersona weg, äh Panel weg oder Navigator kann ich hier hinzufügen, dann gebe ich hier da gleich rein. Alles hiesige, das ist genauso wie in Photoshop. Der wichtigste Part in Affinity Photo ist dann die Dokumentansicht. Der Bereich in der Mitte wird hier Leinwand genannt und hier könnt ihr euer Bild ansehen beziehungsweise könnt ihr es hier auch dementsprechend dann bearbeiten. Ihr könnt hier auch reinzoomen, rauszoomen, ihr könnt das Ganze verschieben, wie ihr wollt und hier seht ihr auch alle eure Änderungen, die ihr in Affinity Photo eben machen wollt. Nachdem Affinity Photo ja natürlich ein Bildbearbeitungsprogramm ist, dann möchte ich den Bereich extra noch erwähnen, wo wir eigentlich hauptsächlich unser Bild eben auch bearbeiten und unsere Anpassungen finden, das wäre das Studio Panel für Ebenen, das wäre hier und hier haben wir mehrere Bereiche oder Ebenen, die in Affinity Photo enthalten sind. Das sind zum Beispiel die Raster-Ebenen, das sind normale Pixel-Ebenen, die wie euer Bild hier zum Beispiel oder ein entwickeltes RAW-Bild, das wären, oder wenn ihr irgendwas auf einer leeren Ebene malt, das sind alles Pixel-Bilder oder Raster-Bilder. Dann haben wir die Möglichkeit in Affinity Photo Anpassungsebenen hinzuzufügen, das könnt ihr hier über dieses Panel, diesen Menüpunkt hier machen, dann könnt ihr hier einfach eine Anpassungsebene her, die wird dann hier hinzugefügt und dann könnt ihr hier in Live-Ansicht, könnt ihr hier euer Bild bearbeiten, wie ihr wollt und das könnt ihr dann, nachdem das zerstörungsfrei oder non-destructive ist, könnt ihr das nachher immer wieder bearbeiten und immer wieder auch verändern. Das lösche ich jetzt gleich hier mal wieder. Ein weiterer Bereich, der hier auch dabei ist, das sind die Ebenen-Effekte, da könnt ihr den einzelnen Ebenen Effekte zuweisen, das brauche ich jetzt hier bei meinem Bild hier nicht und was ich super cool finde, sind die Live-Filter, die sind im Prinzip wie Anpassungsebenen, die konzentrieren sich aber mehr auf so Sachen wie Unschärfe oder Schärfen von einem Bild, also hier die Gausche-Unschärfe, die sieht man hier gleich in der Live-Ansicht, wie das auf euer Bild einwirkt, dann kann ich hier noch einen Hochpass-Filter einfügen, machen wir hier gleich monochrom, weiches Licht und euer Bild wird geschärft. Dann haben wir noch einen Button für die Masken, damit ihr einzelne Bereiche auch ausmaskieren könnt und das wäre mal so der Ebenenbereich. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos zu Affinity Photo und Capture One verpasst. Schreibt mir ein ehrliches Feedback, was ihr zu diesem Video hält und welche Videos ihr euch demnächst wünscht, die werde ich dann zeitnah auch auf diesem Kanal posten. Bis dahin, wir sehen uns dann beim nächsten Video. Ciao! Ciao!